Hallo, hallo, hallo. Heute werden wir mal ein bisschen hier weitermachen und ich denke mal nochmal so ein bisschen vielleicht ein richtiges Haus bauen und ein Lager, denke ich. Irgendwie sowas. Mal kicken. Veredelte Steinblöcke. Grober Holzblock. So. Oh. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm So Ich frage mich, ob man davon mehr Harz bekommt oder weniger So Oh So 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 Achtung, neuer Sprengstoff. Wo bin ich? Wie viele Marker kann man eigentlich setzen? Marker erstellen. Und haben wir hier nicht irgendwie noch... Okay, dann markiere ich alle mit einem Gleiter, wenn ich welche finde. Alle Schrifttäulen. Dann kann ich wenigstens ein bisschen erkunden. Und kann dann Manni da hinführen. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Okay. So. Da unten wird es ihm gut ergehen. Dieter geht es gut. Schluss mit dem Bequatsche. Er hat eine Schaufel und Kraft, als wir aus dem Schacht kommen. Vielleicht spielt er uns ja einen Streich, der schuft. Sag mal, hast du da Proviant reingetan, Hans? Egal, er wird überleben. Ja, die Truhe war ein Köder, obwohl wir sie gebraucht hätten. Pach, das hätte mir vorher überlegen sollen. Verflucht seien diese Trottel. Die haben mich fast in die Luft gesprengt, diese Schurken. Dieter, sieh dir das an. Wir haben im neuen Tunnel eine Truhe entdeckt. Ich schwöre es. Nein, Dieter, das ist kein Scherz. Sieh nur. Mein Mund ist voller Staub und meine Hände sind taub vom Graben. Meine Nägel sind gespalten. Ich bin am Verhungern. Verflucht, möge das mir erstmal euch alle holen. Nett. Okay, das sollte ja super funktionieren. Überall liegen diese Viecher rum. Ah, doch nicht. Okay, oh. Eine Wurzel. Werden Kartendaten eigentlich irgendwie gespeichert? Also, dass man... Das würde mich nochmal interessieren, ob man mit einem anderen Charakter Markierungen sehen kann oder ob das nur eigene Markierungen sind. Gibt es hier irgendwas, wo steht, wie viele man setzen kann? Nöö. Was ist hier irgendwas? Ich bin jetzt nicht fertig. Ich bin dann halt, ob man. Okay, okay. Ich bin dann mal am Anfang an. Okay, jetzt geht es das Wasser. Oh, nein. Na, da separately. Ah. Alter. Ja. Oh, nein. Ich bin da. Oh, nein. Ich bin da. 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 Okay. Oh, spinnen. Oh. Oh. Okay, hier ist nix. Friedlicher Acker. So, wie komme ich denn da hoch? Von außen irgendwie? Nö. Okay. Okay. Hm. Okay, da kommen wir nicht hoch. Okay. 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 Dann gucken wir mal hier unten. Okay. Okay. Alter. Okay. 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 Oh. Huch. Diese Kirche wurde zerstört. Verdammt, der Sturm hat letzte Nacht unsere Kirche oder was davon übrig war, verwüstet. Everett hat recht, wir hätten das Dach mit einigen dieser Blöcke verstärken sollen. Oh. Nun darf ich mir sicherlich eine Standpauke anhören. Ich muss unbedingt die Löcher im Dach abdichten. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich diese Blöcke deponiert habe. Ich dachte, ich hätte sie in der Nähe der Kirche gesehen, aber ich kann sie nicht finden. Sind meine Augen und meine alten Augen wirklich schon so müde? Oh. Oh. Waren wir hier drinnen? Okay. Dann auch noch oben. Oh. 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 Okay, hier ist nix. Okay, das hatten wir schon. Steingziegeldachblöcke. Okay, hier, das hatten wir, glaube ich, schon erkundet. Okay. Okay, okay, okay. 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 Oh, mein Rucksack ist voll. Krass. Und schnell reisen. Und schnell reisen. Oh, dieser liebliche Duft, du hast Beeren dabei. Ach, was würde ich jetzt nicht alles für eine herrliche Schale Beeren geben? Sag, könntest du mir vielleicht wenigstens ein paar Erdbeeren besorgen? Das würde mir den ganzen Tag versüßen. Ich würde dir vielleicht sogar ein kleines Geheimnis verraten. Hm-hm. Hm-hm. Geheimnis verraten. Geheimnis verraten. Oh, das war. Das war's. 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 Oh my god. Das war's. 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 Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Das war's. 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 Okay. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Oh. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Das war's. 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 Wow. Wow. Das war's. 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 Oh, oh. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 So. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, okay. Das war's. Oh. Das war's. 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 Oh. Oh. Das war's. 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 Was ist das. Was ist das? Was ist das? Das war's. 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 Wow. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Erz. Das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. 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 Sachen. Das war's. 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 Hallo? Wolfsdorch. Guten Abend, ich wollte nicht stören. Oh. Alle Gegenstände repariert. Oha. Oh. Okay. Wirbelbrecher als Waffe. Okay, das sieht auch geil aus. Oh und... Streitkolben Stufe 15. Heilung. Oh Gott. Nervt nicht. Ja, wahrscheinlich war hier am Anfang so ein Reparaturteil, weil man andauernd die Wände trifft. Oh, sengender Zauberstab. Okay. Damit haben wir die abgeschlossen. Wahrscheinlich. Tagebuch. Weltrucksack. Oh. Stufe 8. Schnitt. Schnittschaden. Der macht Stiche und Wucht. Ich brauche Schnitt. Oh. Und. Das ist nicht. Kann ich hier was machen? Was ist das? Ah. Oh. Okay, dann gucken wir uns hier diesen Hof an. Wo kommt ihr denn her? Farm immer grün. Nehmen wir doch mal eben... Oh, kleinen Moment. Okay. So. Uh. Okay. 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 Good, good. Okay. Okay. Das war's für heute. Oh, Öl. Oh, Öl. Okay, also ein Fossil, was wir gefunden haben. Ich weiß nicht, ob diese Region vielleicht genau das ist, was... ...manie als Baugebiet haben will. Weil hier sind die Bäume so cool hoch. Boah, das sieht hier eigentlich... ...echt geil aus. Besonders mit diesen großen Bäumen. Oh Gott. Dürfen wir jetzt hier einfach... ...irgendwo bauen würde. Oder... Hier haben wir Lehm... ...und... ...Kupfer... ...anem Abhang. Alter Schwede. Ich glaube mein Inventar ist ein bisschen voll. ... So, hier könnten wir... ...einen Marker erstellen. Hier Schnellreise hin. Dann können wir das nämlich abbauen. So. 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 muss man Hartholz in der Hand haben, in dem Inventar meine ich. Nö. Aber wahrscheinlich brauchen wir dann einfach nur die Geschichte mit der Jägerin fertig machen. Dann kriegen wir eine Lösung. Kleinen Moment, das wird geklingelt. Untertitelung des ZDF, 2020 So, da bin ich wieder. So, mit Kamille und Leuchtstaub kann man da ein bisschen mehr machen. Oh, einfach nur weil wir Bärenstein freigeschaltet haben, kann man eine Heilerhose Magierhut bauen. Okay, wir müssen also wirklich die Sachen finden. Also, gefunden habe ich sie schon. So. 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 Sachen da unten. Dann machen wir doch mal das Königinsgrab. Aber ich würde mal eben Entroded neu starten. Ich glaube, das hat nach wie vor wieder die selben Probleme wie damals, dass irgendwann der Speicher verläuft von der Grafik hat oder so und dann kriegt das total die Probleme. Oh, und was ich heute gesehen hatte, ist es soll ein Update geben für Planet Crafter im September. So, beitreten, beitreten, bestätigen. Und gib ihm. Tagebuch-Quest. Tumult in den Katakomben. Dornbusch-Friedhof. Uh. Okay. Das hier sind nur persönliche Quests, soweit ich weiß. Vielleicht sollte ich vorher einmal nach Hause schlafen und mich erholen. Das hier sind nur ein bisschen. Das hier ist nicht schon. Ich habe es gesehen, wo ich heute bin. Ich habe es gesehen, Ich habe es gesehen, Ich habe es gesehen, dass du ein bisschen mehr so gut ist. Ich glaube, Entschrouded hat es zerlegt. Okay, krass. Testen wir das nochmal und ich gucke mal eben auf dem Server. Ich habe ein bisschen Angst, dass der gerade weggecrashed ist. Ereignisprotokoll. 93% CPU-Ausnutzung. Aber er ist heute Morgen erst neu gestartet, okay. 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 So, wach. Fünf. Sechs. Sieben. Dann können wir da ja jetzt hinreißen. So. So. Auf zum Graben mal der Königin. Und da mal ein bisschen gucken. Was wir da so abschlachten können. Dann. 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 Ich würde hier gerne eine Fläche haben Die schön flach ist Wo wir bauen können So Sesam öffne dich Wow Ich habe keine Dietrich hier mehr mit oder was Nö Super Okay Okay Dann wieder zurück Verdammt Und wieder zurück Oh Zu Ehren der Erde Dem Eis Dem Erbe Blick nach links Gedenkt den Eltern So wagt er zu reisen Und richten Der Schnabel des Adlers Durchbohrt Wolken und Himmel Erhöht keine Bitte Den Schnee Tränkt das Blut Der eigenen Sippe Der Weg nach rechts Führt zur jüngsten Einst Tochter der Lieder Trägt alles Leid Legt die Achse nie mehr nieder Führt Gefolgschaft Bedrückt durch Ebbe und Flut Erleuchtet durch Mut Selbst das Herz Der Brut Der Hauptraum Gedenkt Mutter Und mittleren Sohn Finde beide Verstecke Dann gebührt dir der Lohn Nice Ah Der selber text Okay Öffnen Tür ist blockiert Ach das ist ja auch ein bisschen räudig Der Pfeil trifft dich nicht Aber du wirst getroffen Oh Okay Gehen wir hier weiter Okay Da unten ist was Da oben ist was Dann gehen wir erstmal nach oben Und doch And Da oben ist Oh Att録크 Toung Und Die gibt weiß Das Mag Of Und Ich Und Und Sie Und Ich Okay, oh, eine Truhe. Äh, verdammt. Okay, jetzt bin ich hier wieder oben. Okay, dann gehen wir mal hier nach unten. Hallo? Ist hier irgendwas? Nee. Die Tür ist blockiert. Und da geht es nur nach oben. Wo geht es denn hier lang? Hm. Okay. Hallo? Oh, wir sind Stufe 10 geworden und kriegen drei Punkte. Nice. Alter. Okay, wie nervig. Okay, wie nervig. Okay. Ich muss doch eigentlich noch irgendwie... Ups. Ich hätte gesagt, hier müsste doch eigentlich noch irgendwas sein. Nee. Oh. Hier ist nix weiter. Okay. 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 Haben wir damit alles freigeschaltet? I don't know. Gucken wir einfach mal oben. Einer fehlt noch. Gucken wir hier oben. Oder auch nicht. jouer immer noch nicht. Guck mal ¿Hoi? Ja. Stop. Dann sitzen hier los. Los. Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, ich habe keine Pfeile mehr. Schade, dass man die Pfeile nicht wieder bekommt. Wie kommt man denn da hoch? Vielleicht von da. Also hier. Oh, war das dumm. Okay, ich habe Angst, hier wegzuteleportieren. Einfach aus dem Grund, nicht dass die Bude hier komplett zurückgesetzt wird. Das hatte ich nämlich schon mal in einem anderen Spielstand. Oh, den hatte ich mit dem Bogen abgeschossen. Okay. 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 hier ist aber nix wenn wir hier lang geht das hier noch irgendwie hoch oh das hätte ich sehen können so und jetzt muss es alle offen sein in der U Ehrenlanzen Bollwerk ausrüsten löschen so so nice so 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 Zeit für die Ernte wo wird denn das ach du also hier findet erstmal sehr viel statt hier findet was statt oh Wir brauchen eindeutig verbesserte Sachen, ey. Cool. Okay, ich frage mich echt, wie das morgen hier aussieht. So, düsterdickig. Nicht rotblasen, grünblasen. Gibt es auch welche, die einfach nur... Ich glaube nicht. Oh, ne, die kann ich noch nicht. Okay. 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 Nice. So. Ich würde für heute Feierabend machen, weil ich mich schon auf morgen sehr freue. Ich habe zwar einen ganzen Haufen Sachen hier auf der Map freigelegt, aber noch nichts Kritisches gemacht. Aber ich bin der positiven Hoffnung, dass wir dann morgen Sachen freischalten, wie zum Beispiel den Mörser und die Sachen für die Jägerin. Und hier oben den ganzen Kram, sodass wir dann hoffentlich anfangen können, hier Erze und 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 abzubauen. Und ja, da bin ich echt positiver Hoffnung, dass das gut vorangeht. Und dann könnten wir hier unten auch nochmal Calvins Ruh attackieren, weil ich bin dunkel der Meinung, dass man da geilere Baustoffe bekommt. Weil das hier sieht aktuell nicht cool aus. Das sieht ein bisschen zu rustikal aus. Und das hier sieht auch ein bisschen zu rustikal aus. Ich bin, ich hoffe, wir kriegen da sowas wie, ja, so, dass man ein bisschen hübscher bauen kann. Aber die Sachen, die wir haben, sind, glaube ich, noch nicht so drauf ausgelegt, dass man sehr hübsch bauen kann. Vor allem dann gibt es diese Blöcke, dass du eine vernünftige Mauer und sowas bauen kannst. Also, da bin ich sehr gespannt drauf. Und mit Manni zusammen werden wir dann, denke ich mal, die zwei Hauptquests hier oben zumindest zu machen. Die hier können wir zwar versuchen, aber da würde ich eher sagen, da warten wir, bis wir da ein bisschen besser geworden sind. Und wir können dann das düsterdickig die Warte hier oben freischalten. Das müsste die hier eigentlich sein. Genau. Und dann könnte ich hier eigentlich überall noch zeigen, wo Briefe sind, damit sie die lesen kann. Die habe ich mir extra hier alle markiert. Mit diesem Flugsymbol. In der Hoffnung, dass wir, dass sie dann auch das alles dann lesen kann. Und ich habe es schon soweit vorbereitet, dass wir hier die Stärkung der Flamme soweit durch haben. Und den Altar maximal aufgewertet. Das ist auch mega nice. Ja. Also, wünsche ich einen schönen Feierabend. Eine gute Nacht auf jeden Fall. Schlaf gut. Und ja. Ich gucke mal, ob wir noch irgendwo hinreden können. Ich finde niemanden auf Deutsch. Okay. Dann lassen wir das heute. Aber eine gute Nacht. Schlaft schön. Bis Brokkoli. Und dann morgen dann wieder so gegen 18 Uhr. Tschöriö und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.